Sie lebe hoch! Sie lebe hoch! Sie lebe dreimal hoch! Herzlichen Glückwunsch! Ja, alles Gute! Dankeschön! Geh mal zum Onkel, der hat ein Geschenk. Okay, aber er raucht schon wieder. Überall liegen seine Zigarettenkippen rum. Hallo Onkel! Alles Gute zu deinem Geburtstag. Hier ein Gutschein für deinen Führerschein. Oh, danke! Wie nett vom Onkel. Ja, aber jetzt will ich den Kuchen essen. Unglaublich! Du hast heute deine erste Führerscheinstunde. Ja, ich weiß. Aber der öffentliche Verkehr wäre mir lieber. Aber Kind, da wo wir wohnen, sind wir auf einen Führerschein angewiesen. Da kommt schon ein Vogel. Oh Schatz, dass du schon deinen Führerschein machst. Meine Eltern waren damals genauso stolz auf mich, wie ich es jetzt auf dich bin. Guck mal, da kommt ein schöner Bus. Oh, was für ein schöner Bus. Kann ich nicht doch lieber den Bus nehmen? Aber Kind, den Führerschein machen doch alle. Genug jetzt. Komm endlich. Ach komm, du weißt doch, dass er es nur gut meint. Der Lehrer wartet schon. Alle warten auf dich. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Schön, dass du bei uns deinen Führerschein machen möchtest. Was ist denn mit diesem Vogel? Raucht der etwa? Ja, leider. Dabei ist das total ungesund. Jetzt wirft er auch noch die Kippe weg. Ja, wie ganz viele. Wirft er einfach seine Kippen weg und tritt sie aus. Das ist doch eine Riesensauerei. Das gibt es doch nicht. Wir rufen mal deinen Vogel, damit wir anfangen können. Ja, okay. Guten Tag. Ich bin heute dein Vogel. Halt dich gut fest. Wir starten zu deiner ersten Flugführerscheinstunde. Ist alles okay bei dir? Ja, es ist okay. Die Aussicht ist schön. Ein solches Windrad versorgt 15.000 Haushalte, umweltfreundlich mit Strom. Wow. Du Vogel, was ist denn das? Das ist der Kippenberg. Wir fliegen mal hin. Auf der Erde werden jedes Jahr 5,4 Billionen Zigaretten geraucht. Dabei entstehen solche hohe Kippenberge. Wahnsinn. Puhi. Also, ich werde niemals rauchen. Das kann ich gut verstehen. Rauchen ist auch total ungesund. Da ist der andere Vogel. Er raucht sogar beim Fliegen. Ich weiß. Es wird noch böse mit ihm enden. Das gibt's doch nicht. Oh je, schnell. Wir müssen sie retten. Oh. Zu zweit seid ihr mir echt zu schwer. Wir fliegen zurück zur Schule. Irgendwas stimmt nicht. Ist etwas passiert? Der Vogel kommt mit den zwei Mädchen zurück. Sie kommen. Was ist passiert? Das andere Mädchen ist vom Vogel gefallen. Also, das sollte nicht passieren. Mir ist das zu gefährlich. Ich werde in Zukunft nur noch den öffentlichen Verkehr benutzen. Es ist doch alles gut gegangen. Warum ist der Runde gefallen? Der Vogel hat geraucht und musste husten. Unmöglich. Wie geht es ihm denn jetzt? Unglaublich. Er raucht schon wieder. Dabei ist Rauchen so ungesund. Kann man da nichts machen? Du, Papa, hast du eine Idee? Im Moment nicht. Liebe Zuschauer, Rauchen ist total schädlich. Hört auf damit. Eine Idee? Kann man da nichts machen? Tschüss!